Gespart wird auch bei der Reinigung der Schulgebäude. Unser Fachklassenbau zum Beispiel muss von einer Reinigungskraft in zweieinhalb Stunden geputzt werden. Das heißt, drei große Toilettenanlagen, vier Flure, ein großes Treppenhaus, neun Klassenräume, neun Sammlungsräume. Und dies zu einem Stundenlohn, der an der untersten Grenze liegt. Und entsprechend sieht es dann auch aus. Aber nicht nur die Schulgebäude sind in einem unwürdigen Zustand. Auch eine angemessene Unterrichtssituation ist im Kinderland Baden-Württemberg eine Illusion. Stellen Sie sich vor, eine Klasse von 32, 5 oder 6 Klässern Kunstunterricht. Dort wird die individuelle Betreuung und Beratung verlangt. Wenn ich für jedes Kind nur eine Minute Zeit habe, dann komme ich zum letzten Schüler fast am Ende der Stunde. Vorher kann ich diesem Teil eine fundierte Beratung geben, denn jeder hat ja ein Recht darauf. So könnte die Leistung und damit die Selbstbestätigung der Kinder viel besser sein. Dies gilt natürlich auch für alle anderen Fächer und alle anderen Klassenstufen. Heutzutage sind Kinder viel schneller frustriert und müssen deshalb intensiver gefördert werden. Sie sollen erfahren, dass man nicht gleich aufgibt, sondern durch eine Frustphase hindurch muss, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Dies erfordert pädagogische Zuwendung und Zeit, um dieses mit großen Klassen nicht zu leisten. Es nützt den Schülern nicht, wenn die kleineren Klassen irgendwann kommen. Die Schüler und Lehrer brauchen sie jetzt. Euros für Bildung. Und nicht für Kunde. Und aus Fählern könnte man lernen. Noch ist es bei Stuttgart 21 nicht zu spät. Ich habe auch noch nicht. Danke.